Grüß euch Leid! Ich dachte mir, ich lasse mir noch kurz was Neues einfallen. Wir sind nämlich gar nicht mehr so viele Trainingseinheiten von der neuen GFL-Season entfernt, das heißt die erste Bundesliga. Ich glaube, wir haben jetzt noch circa fünf Wochen zu spielen, das heißt zehn Trainingseinheiten. Mit heute, glaube ich, ist es noch elf, das heißt fünfeinhalb Wochen und ich freue mich mega auf die Saison. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein bisschen, wie es bei uns im Training gerade so abgeht. Ich kann euch natürlich nicht alles zeigen, aber ein paar Ausschnitte davon. Das Ganze würde ich einfach Road to GFL nennen. Ich freue mich richtig noch auf diese Saison in Deutschland. Ich gebe Vollgas und da nehme ich euch jetzt mal mit ins Training. So, bevor wir aber ins Training fahren können, muss ich mich natürlich noch umziehen. Deswegen schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Okay, wir sind bereit. Let's go! Okay, ich bin absolut ready. Ich glaube, ihr Hals ein bisschen. Ich werde abgeholt vom Juli. Ich habe eine kleine Überraschung für ihn. Mal gucken, wie er reagiert. Es ist wirklich nichts Großes, es ist wirklich nur was Kleines. Aber ich freue mich, ihm die Überraschung zu geben. Und dann fahren wir ab zum Training. Dort erstmal Corona-Test und dann gehen wir aufs Feld. Bis gleich! Ich habe keine Rechte für diese Songs. Ich habe keinen GEMA gekauft. Das ist für dich. Das ist dein Long Sleeve. Oh, ich habe einen Namen drauf. Oh, der Diggi. Das bin ich, ey. Schau mal. Ich dachte, du freust dich, wenn ich dir einen Namen drauf mache. Endgeil, Mann! Goddamn! Na klar. Jetzt auf zum Training! Wir haben zum Glück auf dem Platz ein Testcenter. Seit dieser Woche. Also lassen wir uns einfach vor jedem Training testen. Erstmal kurz anmelden, testen lassen und dann geht's auf den Platz. Geht's jetzt ein bisschen? Naja. Okay, das war's. Danke! Hast du es jetzt gefilmt? Na klar! Sicherlich! Es wird alles gefilmt. Es wird dokumentiert hier. Sag's doch noch was. Willkommen beim Training der Munich Cowboys. Kom. Geht's. Jan. Geht's. Geht's. smoke. Sehen. 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 Training ist vorbei, das erste Training mit Pets war schon geil, mal wieder ein bisschen Kontakt natürlich noch nicht viel zu hart, aber tat auf jeden Fall mal gut, es war ein bisschen ungewohnt, aber geht schon. Ich glaube, wir haben nicht so viel filmen können, oder ich habe nicht so viel filmen können. Muss halt auch immer jemand da sein, der filmt. Ich hoffe, der Juli hat ein paar gute Shots bekommen. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ich mache eine Folge, glaube ich, draus. Bis Dienstag.